Hey ihr Jimmys, was geht ab? Hier ist wieder Peterle und heute haben wir den Boyboy zu Gast, denn er steht im dringenden Tagsverdacht, eine Straftat begangen zu haben, nämlich eine Vergewaltigung. Und deswegen haben wir uns den Termin heute vereinbart, damit ich ihn befragen kann. Wollen wir mal gucken, was er dazu sagt. Hallo, wissen Sie, warum Sie hier sind? Weil ich böse bin. Richtig, Boybot, genau deswegen sind Sie hier. Aber, man sieht schon dieses verschmitzte Lächeln, das Tatverdächtigen. Da kriege ich so eine Krawatte, weil ich böse bin. Weißt du, was du getan hast? Waske? Ja, tu nicht so. Am 13.09. 2015. Du weißt ganz genau, was du da gemacht hast, Boybot. Da kannte ich dich noch nicht mal. Ja, ey. Dieses Täterprofil, das passt. Der ist total verstört. Wir wissen, dass du es warst. Wir wissen es. Kann ich dich was fragen? Nein. Ich stelle hier die Fragen, Boybot. Mensch, du gibst mir die Antwort. Ich will von ihr hören, warum. Dann stelle ich mal ein paar Fragen. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. Aber sie blockieren mich ja. Warum hast du sie getötet? Warum hast du Anschlag getötet? Verdammte Lüge, wir wissen ganz genau, dass du dich nicht anst. Doch. Du warst am 13.09. da mit ihr im Wald. Boybot, ich ticke aus. Ich will die Wahrheit wissen. Wo hast du sie vergraben, Boybot? Ich war bei dir zu Hause. Was? Willst du frech werden? Boybot, ich kann auch anders. Und dann regeln wir das. Komm mit Jackson, Alter. Und dann verprügeln wir dich. Nach neun Monaten haben wir den Jungen. Boybot, was soll es heißen? Dass du deinen nächsten Coup planst und schon einen Jungen empführst? Jetzt kriegst du erstmal auf die Ömme, Alter. So, war das genug für dich, Boybot? Hast du, hast, bist, redest du jetzt mit uns? Hast du sie vergewaltigt, Boybot? Hast du sie vergewaltigt? Wie alt bist du? Zu alt für dich, Boybot. Du weißt nicht mal, wie alt ich habe. Das weiß ich, Boybot. Das tut alt genug, bis zum Beispiel. So. Aha. Und warum haben wir deine DNS gefunden? Warum, Boybot, warum? Weil du Antworten gibst, die nicht zur Frage passen. Boybot, weißt du, Bob, was sie mit dir machen, wenn du im Knast landest? Kennst du den Film 50 Shadows of Grey? Ja, und genauso wirst du penetriert. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, pipi, so popo, wenn du verstehst, was ich meine, Boybot. Ich verstehe kein Polnisch. Ja. Ja, Seife fallen lassen und so. Das machen die mit dir, Boybot. Küsst sie? Du bist es im Knast, der jemanden küst. Willst du mich provozieren? Du kommst rein, Junge. Du musst in den Knast, Alter. Du bist krank im Kopf. Krank bist du, Boybot. Krank, Junge. Ich will Leute, wie die ich sehe. Und dann, Boybot, willst du es so machen wie bei Angela? Dann habe ich das geschrieben. Du hast es eben noch gesagt, Boybot. Was? Was? Ich habe gesagt, dass ich nur feige Sau bin. Ja, dass du sie vergewaltigt hast, Boybot. Wovon reden wir denn die ganze Zeit hier? Niemand nennt mich eine feige Frau. So, Boybot, das spricht für mich beendet. Viel Spaß im Knast, du Sau. Schafft ihn weg, Jungs. Der ist schuldig. Der ist schuldig. Ich bin aber kein Junge. So, Leute. Ihr seid nun zum Zeugen geworden, wie Boybot bestanden hat. Dass er Angela vergewaltigt hat. Damit sind wir schon am Ende des Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann habt ihr gerne ein Like da. Ich war heute mal wieder verrückt. Und ja, das war ein Like da. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und genießt den Abend. Haut rein. Tschaußen. Tschaußen.